Hallihallo, ich begrüße euch ganz ganz herzlich zur Auslosung bzw. zum Verteilen der Steam Keys, nicht nur Steam Keys, sondern alle Plattformen für TSW3. Ich danke allen Userinnen und Usern ganz ganz herzlich fürs Mitmachen. Ich habe insgesamt 5 Keys zu vergeben und ich bin jetzt hier auf der Webseite commentpicker.com. Hier, das ist der Link zu dem Video. Duplizierte User, also diejenigen, die zweimal kommentiert haben, werden da rausgefiltert und diejenigen, die schon einmal was gewonnen haben, werden dann ebenfalls rausgefiltert aus der Liste und das Ganze funktioniert jetzt nach dem Zufallsprinzip. Ja, dann würde ich mal sagen, ich fange jetzt mal an, hier entsprechend die Leute auszulosen und ich werde dann am Ende erklären, was genau die Personen, die gewonnen haben, machen müssen, um an die Keys ranzukommen. Shortly explaining in English, I'm now going to find out who will be the winners of the giveaway and at the end I'm going to explain what the users are going to have to do in order to contact me so that I can give them the keys. Okay, dann fangen wir mal an und klicken mal hier drauf. Get YouTube comments. Los geht's. Amount of unique comments. Wir haben 33 Kommentare. Sehr schön. Also 6 plus 4, das sind offensichtlich 10. Und jetzt aber. Get YouTube comments. Na? Warum geht das denn nicht? So 6? Ich verstehe das nicht. Warum funktioniert das nicht? Achso, ach, ich muss da auf Start drücken. Hätte ich mir natürlich vorher mal angucken können, ne? Okay, also Start. Herzlichen Glückwunsch an den lieben Bauer sein Daddelt. Ich möchte es als Geschenk haben. Ein guter Kollege von mir wünscht sich schon lange TSW. Die Plattform wäre natürlich Steam. Also herzlichen Glückwunsch für dich bzw. für deinen Kollegen. Du hast auf jeden Fall einen Key gewonnen. Dann klicken wir mal weiter Key Nummer 2. Also wir haben jetzt den ersten. Ich mache mir einmal ganz kurz eine Notiz. Und zwar Steam. Einen. So. Und der nächste. Herzlichen Glückwunsch an Herr Baumann. Ich möchte TSW 3 haben, da ich richtig Bock auf den ICE 1 und auf die langen Strecken habe. Habe PS4 EU Version. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Schreibe ich mir mal ganz kurz auf. PS4 EU. An den Herr Baumann. Steam Key. Na, wieso sage ich immer Steam Key? Äh, TSW 3 Key Nummer 3. Herzlich Glückwunsch an Zug Short TV. Ich würde gerne beim Gewinnspiel teilnehmen, da mein Freund seit ein paar Monaten gerne TSW 3 haben möchte. Für ihn wäre Steam gut. Viele Grüße. Viele Grüße zurück. Und noch ein weiterer Steam Key. Das war jetzt Key Nummer 3. Gehen wir mal zu Nummer 4. Herzlichen Glückwunsch an Neutrale Gurke. Toller Name. Hi, ich würde gerne TSW 3 haben, weil ich das Spiel auf Xbox Game Pass nicht spielen kann. Weil bei mir das Spiel immer abstürzt und ich gar nicht rein kann. Ich liebe halt das Spiel, aber ich kann es einfach nicht spielen. Steam. Sehr schön. Damit hätten wir jetzt den vierten Key vergeben. Dreimal für Steam. Einer für PS4 EU. Und der letzte Gewinner oder die letzte Gewinnerin. Auf geht's. Viel Glück an alle, die noch drin sind. Es sind ja noch 30 Leute. Auf geht's. Herzlichen Glückwunsch an Gönner Öztürk. Lieber Transomplay, auf jeden Fall eine sehr schöne Aktion. Dankeschön. Und würde mich freuen, wenn ich die Chance hätte, einen Key zu kriegen für die PlayStation 4 EU. Weil ich den Vorgänger, Transformer 2, auch schon sehr gut fand und durch viele Videos sehe, dass TSW 3 noch besser ist. Ja, dem würde ich definitiv zustimmen. Also hätten wir noch mal was für die PlayStation. Gut. Ich werde das Ganze jetzt dann nicht auf Englisch erklären, sondern nur auf Deutsch, weil alle, die geschrieben haben, auch nur was auf Deutsch geschrieben haben. Ihr müsst folgendes machen. In der Videobeschreibung steht eine E-Mail-Adresse. Die müsste tsp.wettbewerb.gmail.com lauten. Falls die nicht ganz richtig ist, guckt auf jeden Fall in die Videobeschreibung rein. Da steht die ganz, ganz oben, die E-Mail. An diese E-Mail-Adresse müsst ihr jetzt einmal eine Nachricht schreiben, wenn ihr gewonnen habt. Dort werde ich euch auffordern, euch zu verifizieren. Das funktioniert dadurch, dass ich euch einen bestimmten Link schicke. Und bei diesem Link müsst ihr mal draufklicken. Das ist einer meiner anderen Videos. Und da müsst ihr einen bestimmten Kommentar hinschreiben mit dem Account, mit dem ihr gewonnen habt. Denn dann weiß ich, dass das tatsächlich euer Account ist. Und wenn ihr das getan habt und ich das gesehen habe, dann kann ich euch den Key zuschicken. Ich hoffe, das Verfahren ist klar. Ansonsten kann ich das Ganze noch mal in den Kommentaren erklären, falls es jemand nicht verstanden hat. Gut, das wäre es dann auch schon gewesen. Fünf Keys sind vergeben. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner. Jetzt bleibt mir nur noch übrig zu sagen, es wird in Zukunft immer mal wieder, ich kann nicht versprechen, wann, aber immer mal wieder solche Aktionen geben, wo ich mal Keys verteilen kann. Dementsprechend, wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt mir einfach hier weiterhin auf dem Kanal. Ihr könnt sehr, sehr gerne subscriben, wenn ihr wollt. Dann seid ihr definitiv mal auf dem Laufenden, wenn ich mal wieder so eine Aktion mache. Denn sowas kommt in Zukunft ab und an mal vielleicht das ein oder andere Mal vor. So viel dazu. Ich danke euch fürs Zusehen. Tschüss. 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 Tschüss.